... Den habe ich vor 20 Jahren mal live gesehen als Vorband für You and Yous and Yous. Mark hieß der junge One to Make Her Happy und ich werde nie vergessen, dass Yous and Yous höchstpersönlich gefragt wurde Hey, haben Sie denn schon Ihren Vorband gehört? Und er hat geantwortet, ja, ja, ich weiß, er sieht viel besser aus als ich. BDA 4 hat irgendwie 70er mit mehr, kann man alles sein. Und hier ist Hugo Egon Weider. 1970 erschien der Ouija-Studio Aio-Aio und stammt aus dem Album Kikundaklisse. Zu Deutsch, die God.